Eigentlich sollte es in diesem Video um den besten 42 bzw. 43 Zoll Fernseher unter 500 Euro gehen. Aber als ich die Recherche gemacht habe, ist mir eine Sache eingefallen. Immer wieder, wenn jemand mich gefragt hat, ich brauche einen Fernseher, 43 Zoll beispielsweise, 500 Euro, dann war die 500 Euro Grenze einfach nur so genannt worden. Aber in Wirklichkeit wollten wir einfach nur einen Fernseher haben, zum normalen Fernsehen schauen, ohne Schnickschnacks wie HDR etc. Und man möchte so wenig Geld wie möglich bezahlen, aber man möchte immer noch so viel Geld bezahlen, dass man halt noch gute Qualität bekommt. Und da ist diese 500 Euro Marke im Kopf geblieben. Das ist die Schwelle, wo die guten Fernseher beginnen und darunter gibt es nur Müll. Und das möchte ich in diesem Video mal ändern. Daher geht es in diesem Video um den besten 42 oder 43 Zoll Fernseher unter 300 Euro. Und am Anfang habe ich mir den Spaß erlaubt. Ich wollte einmal wissen, wie günstig kann es denn gehen? Und ich habe hier den von Dione gefunden. 240 Euro, ich meine, das ist erstmal eine Ansage. 43 Zoll, damit das unsere Anforderungen erfüllt. Aber dieser Fernseher ist nicht gut. Und das holt ihr nicht, auch wenn dieser Fernseher einer zu dem meistverkauften Fernseher aktuell gehört. 1080p-Auflösung, das ist heute einfach nicht mehr der Standard. Das empfehle ich keinem. Auch wenn ihr den Aufpreis bezahlen müsst, 4K, das ist das, was wir haben wollen. So, das nächste, warum ich diesen Fernseher nicht empfehlen wollen würde, ist der Sound. Die Boxen, die hier verbaut sind, die sind einfach so schlecht. Ihr müsst euch externe Boxen holen oder mit Kopfhörern vor dem Fernseher sitzen. Ich finde, die sind nicht akzeptabel. Deswegen auch hier keine Empfehlung. Eine dritte Sache, die vielleicht ein bisschen weniger stört, weil ihr könnt jederzeit einen Amazon Fire TV Stick holen. Aber das Smart TV Erlebnis, was ihr mit diesem Fernseher habt, ohne externe Geräte, ist einfach miserabel, wie ich finde. Also die Tatsache, dass nicht mal alle Apps verfügbar sind, wie zum Beispiel Disney Plus, das ist einfach nicht okay. Dieser Fernseher ist eigentlich nur für Leute geeignet, finde ich, die jetzt beispielsweise ein Airbnb haben und die wollen halt da hinschreiben, dass sie einen Fernseher haben. Aber die wollen auch nicht da einen teuren Fernseher hinstellen und wollen einfach das günstigste wie möglich kaufen und einfach da hinstellen. Und das ist dann dieser Fernseher. Aber hier ist der Fernseher, den ich stattdessen kaufen wollen würde. Und zwar der Hisense 34E6KT. 43 Zoll, unsere Anforderung ist erfüllt. 293 Euro aktuell, also unter 300 Euro, das passt. Und dieser Fernseher hat auch die Auflösung von 4K, sprich Ultra HD. Okay, dann nochmal ganz kurz zu dem Sound, weil das war ja bei dem letzten Fernseher richtig schlecht. Hier ist das wesentlich besser, aber auch nichts weltbewegendes. Hier wurden halt auch nur 2x15 Watt Lautsprecher verbaut. Das wird laut genug, klingt auch ganz genug, ganz genug. Das klingt auch gut genug, wenn man halt normales Fernsehen schaut. Die meisten von euch werden damit zufrieden sein. Aber wenn ihr zu der kleinen Nische von Leuten gehört, die sagen, ich möchte einen richtig günstigen Fernseher, aber der Sound ist mir besonders wichtig, dann solltet ihr euch einfach mal die externe Soundbar angucken. Zum Beispiel die von Hisense HS2100, die kostet gerade mal knapp über 100 Euro. Ich weiß, ein ordentlicher Aufpreis, wenn der Fernseher nur 300 Euro kostet. Aber es lohnt sich, wenn ihr halt besonderen Wert auf den Ton legt. Und insgesamt, das Gesamtpaket ist immer noch unter 500 Euro. So, jetzt wollen wir aber mal zum Bild kommen. Also die Bildqualität ist ein Fernseher, das ist ja das Wichtigste. Und das ist ziemlich gut, finde ich. Gerade beim normalen Fernsehen, da fehlt es mir an gar nichts. Eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist die Schwarzdarstellung. Die könnte natürlich besser sein, aber wir haben hier kein Local Dimming und wir haben kein OLED-Fernseher. Das bedeutet, wir können halt nicht die Pixel-Einset ausschalten. Das bedeutet, unser Schwarz ist eher so ein Dunkelgrau. Aber damit müssen wir leben. Gerade in dieser Preisklasse werden wir nichts Besseres kriegen. Eine weitere Sache, die natürlich immer geworben wird, ist HDR. Wir haben hier natürlich auch HDR. Aber die Spitzenhelligkeit, die liegt irgendwo zwischen 300 und 400 Nits und das reicht nicht aus, um HDR richtig darstellen zu können. Also lasst euch davon nicht täuschen. Ja, HDR ist verfügbar, aber es wird keinen großen Unterschied machen. Dafür braucht ihr schon einen Fernseher, der 600 bis 1000 Nits mindestens bringt. Und das kann dieser Fernseher nicht. Aber wenn ihr solchen Fernseher haben wollt, da zahlt ihr auch doppelt oder dreimal so viel. Eine weitere Sache, die ich cool finde und das ist auch ein Standard geworden mittlerweile. Und zwar hat dieser Fernseher einen Ultra HD AI Upscaler. Was das einfach nur bedeutet, ihr habt irgendetwas, das zum Beispiel eine Auflösung von 720 oder 1080p hat. Zum Beispiel irgendwas, was ihr bei YouTube oder Netflix schaut. Dann könnt ihr mit dem Fernseher es auf 4K hochskalieren. Sieht natürlich nicht so gut aus wie natives 4K, das ist klar. Aber es ist dennoch ein cooles Feature. Falls ihr euch fragt, was ist jetzt genau der Unterschied, wenn ich das hochskaliere. Es sieht einfach ein bisschen schärfer aus. Und dann noch ganz kurz Smart TV Feature. Dieser Fernseher hat halt ein besseres Betriebssystem als der Dion. Der hat ja nicht mal alle Apps, die aktuell halt so Standard sind, unterstützt. Dieser hier tut das. Also Disney Plus. Dann habt ihr Amazon Prime Video. Netflix. All diese Sachen und auch weitere werden natürlich unterstützt. Und wie das immer ist, 3 bis 5 Jahre. Läuft alles super. Alles wird unterstützt. Dann beginnt es langsam mit dem Wehwehchen an. Irgendwie fühlt sich das alles träge an. Wenn der Tag kommt, holt euch einfach, wenn es im Angebot ist, einen Amazon Fire TV Stick. Und das Problem ist gelöst. Das mache ich jedes Mal. Dann müsst ihr nicht einen Fernseher upgraden. Denn so ein Stick kostet im Angebot 30 Euro. Als letztes noch ein, zwei Worte zum Design. Also der Fernseher sieht halt aus wie jeder andere Fernseher. Natürlich ist er nicht so hoch verarbeitet wie jetzt Spitzenmodelle von LG oder Samsung. Aber schmale Rahmen, sieht modern aus. Und ich finde, wenn man so ein Fernseher an die Wand hängt, dann sieht das immer viel, viel besser aus. Eine passende Wandhalterung mit der richtigen Wesernorm habe ich auch schon rausgesucht. Ist verlinkt unten in den Kommentaren. Und ihr wisst, wie das mit dem Preis ist. Aktuell kostet er unter 300 Euro. Hier ist nochmal der QR-Code. Und scannt den einfach, schaut euch den aktuellen Preis an. Ich glaube, bis 350 Euro ist immer noch alles im grünen Bereich. Alles da drüber, da würde ich mir vielleicht andere Fernseher anschauen. Und unter 300 Euro ist das hier wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der beste Fernseher mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.